Jo yeah und Willkommen zu einem SWTOR PvP Part. So jetzt geht's weiter. Diesmal Lovare Güste und in diesem Part werde ich ein bisschen mehr erzählen, weil da sollen jetzt die direkten Vorbereitungen sein, auf Montag, also morgen. Da wollte ich nämlich ein Geburtstags-Special machen, wo wir dann mit mehreren Abonnenten und, keine Ahnung, einfach ein bisschen als größere Gruppe PvP machen. Und ja, wäre dann gut, wenn ihr halt auch mitmachen wollt. Also bitte schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch rein wollt oder schreibt mir eine Nachricht in SWTOR. Und, ähm, ich hoffe, ich kann dieses Video noch heute hochladen. Ähm, da sollte morgen auch ein nächstes kommen. Ähm, ähm, also warte mal. Ähm, Valorum, der Kanzler, früher in Episode 1, der dann abgewählt wurde. So. Danke, 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 danke. So, ich mach nochmal Fässer auch, falls nachher eventuell irgendwelche Probleme, äh, im Sinne vom Internet kommen sollten. So. Ja, danke, Skeletor, und, ähm, sehr, sehr nett von dir. Ähm. So, jetzt mach mal den mal ein bisschen kalt. So. Was, ich hab keine... Okay, ähm, ein Holhausen-Paar. Wir unterhalten für den Notfall ein vollständiges Inventar. Haben Kassen die jetzt mehr? Shit, ey. Wollen Sie sich bei Bedarf hier nachschieden? Ich habe geöffnet und bin bereit für jegliche Transaktionen. So. Ach, klar. Nähtenaufzeichnung hab ich eh benötigt. So, sieben Stück sollten reichen. So. Nee, nicht schämen. So. Ähm. Was ich vorher noch sagen wollte. Warum habe ich noch keine Medaille? Nee, verdammt. So. Und ich halte ich noch. Ich halte ich noch, bro. Oh. ころ ist. Also. Oh. 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 Was ist denn los? So, geh mal hinten hin Zwei Gegner hast ich so Was ist denn los, man? Ist sie in Baco oder was? Was ist denn los? Was ist denn los? Die Republik hat unseren Wunter beschädigt. Taktik neu konfigurieren, bevor der Angriff zeichnet. Ja, glaub ich langsam auch. Ja, jetzt haben wir auf einmal zwei. Drei. Ich darf auch noch bester werden. Vier Medaillen. So, wenn ihr dann halt Lust habt, da mitzumachen, dann schreibt es mir. Ja, ähm... Irgendwas wollte ich noch sagen. Oh, geil. Oh, geil. Ja. So, vier Medaillen. Oh man. 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 Yep. Oh man. 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 republikanischen Charakter habt, schreibt es mir oder einen imperialen, weil dann will ich auswerten, was dann eher zutrifft an uns. So, ähm, kommentiert und abonniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao!